hallo herzlich willkommen zur ersten folge von better minecraft zusammen mit jordan und noelle servus sagt einfach gar nichts gut abgehoben abgehoben ja nicht dafür muss ich den ersten tos haben ich klatsch dich auch ohne jetzt lassen sie erst mit basics basic shit machen ich wollte die ich wollte dir dein blog klaren ja das glaube ich schon jetzt kann man das bieter ist das hier kraft nur beide gleichzeitig drin ja da hast du entscheidend das ist da hast du dein in real life einfach real life sound genommen ja sausend games sind basically immer wieder so nenne ich meine von real life richtig von vögeln eingesprochen wie komprimiert von was anderem ich glaube ich brauch 13 steine häuser häuser bäume komplett abbauen oder ich weiß gar nicht ob ich hierbleiben wollen dieses so ist es nicht so geil aus finde ich was habt ihr denn so vor an diesem projekt ist auch von scheiße bauen da lag zwei drin ich dachte ich kann ja nimm mal ich musste kurz in der aufnahme schauen weil es sieht es aus als wir jetzt einfach lenken tja hättest du schon mal davor ein minecraft projekt gemacht zum testen so wie ich war das eine brücke wo sind diese drecksvögel das ist einfach ambient die laufen ja nicht rum der ich finde es auch schön warum gräbst du nicht nach unten wenn man hier in der höhle ist weil ich mich hier in die höhle gegraben hab aber warum denn kannst du mir ein bisschen stein geben so drei hier habe ich ein paar steine für dich ich habe nicht mehr holz mitgenommen das war gestern so brauchen wir die bücher sind toll bücher ich muss man mitnehmen der geile höhle und das wasser ein kohle erz und weil jetzt nicht wasser wasser es ist übel schwer einzuschätzen wie lange die folge ist weil ich jetzt schon bei 15 minuten bin ich kann dir sagen weil ich habe eigentlich recht vor der anmod das gemacht naja perfekt tschuldig was meinst du mal äh ich habe sowieso zwei dreimal unterbrochen weil es in ob es sieht ja wirklich aus als wir es legen aber in der aufnahme dann nicht und das verwirklich so hat so jungs höhle ist gecleared sagst du ja ja unten ins wasser gehe ich nicht da könne mich nicht machen aber ansonsten habe ich hier nichts gefunden zwei eisen krass hier geht es ja auch noch runter achso hast du da unten alles geh mal gucken geh mal gucken geh mal gucken ja noel geht schon wieder ohne uns weiter ja ich bin da oben ohne holz geholt holz schmolz junge holz schmolz sag ich das immer es gibt die zimmer mod 0 wieder reinläuft und das holz holt ja natürlich das ist mein holz ich habe 10 logs gekriegt daraus ich habe 9 ich glaube er ist auf der karte markt blick gesehen man kann auf der karte markt gehen man muss ein m drücken ja m unterricht genau ist die option ich bleibe in die biome wo es schneit und nicht regnet ja wir müssen wo wollen wir denn schon hingehen ja genau noel mach mal reise für euch er fällt fällt rum wollen wir nicht erstmal nach vorne schauen jorge er springt schon wieder in die höhle runter was ist mit oh nein ist es nacht oh ja stimmt schwul wollen wir erstmal nach vorne schauen da vorne ist ein gebäude ein lagerfeuer ich glaube es wäre auch schlau wenn wir uns essen organisieren ja es wäre auch nicht schlecht hab nur so ein bisschen ich hab nämlich nur ein anfangssteak einfach höhle ist ein welz was ist da ein welz ich nehme ein paar kürbisse mit ja eichhörnchen eichhörnchen oh god das sollte man nicht runterspringen ok da ist es geletzt aber der welz irgendwas ist denn ist gefährlich let's go grody du machst das grody wer wer ist gefährlich boah ich würde nicht der welz gefährlich ne ne der macht nichts das cherry lol wie fett ist das eichhörnchen digga ich weiß ja schon nicht mehr wo ihr seid wir sind bei diesem gebäude oh äpfel äh 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 ja auf der anderen Seite vom wasser bei den smoke rein bin ich mit nehm kann ich euch auch bei maps sehen ja ja solltest du eigentlich ich komm nicht mehr abholen ja warum muss es eigentlich direkt gewitzern scheiße skelett pisse als ob es das eigentlich schon war da oben ja also jorge du baust kohle ab du nichts nutzt los jordan lass uns die kohleblöcke hier mitnehmen ja alles mit was man kriegen kann ne ich fand es einfach schön mit anzuschauen dass du an den kohleblöcken vorbeigehst um die kohle in der wand abzubauen und davon sind noch weizenblöcke die nehme ich mit oh ja nice roti wird die die Essensbank ja ja kredite könnt ihr gerne bei mir aufnehmen das ist so dumm man hittet einfach wenn man während einem schläg äh wenn man abbaut ok dreine blöcke boys warte mal hier ist ein brunnen krass oder das ist ein brunnen er ist nichts weiter was hast du denn jetzt entdeckt ich weiß ja nicht ich seh sie ja bloß von oben auf der map achso ja dann komm lass mal mal hinschauen kann auch nix äh na weil nix ist es sieht noch in der structure aus jetzt ist so ein richtig gottloses was ist denn der kohle junge wer ist denn da im wasser wo seid ihr hingerannt äh zurück das sind kalmare im wasser zurück von da wo wir gekommen sind ja ich seh die mit dem shader gar nicht ist er gefährlich das hab ich dich vorhin gefragt lol ja wir reden jetzt nicht von den welsen wir reden von den kalmaren hier ich hitte die mal nicht ah lol ok giant squid ok ja lassen wir die mal einfach hier in ruhe muss ja jetzt nicht sein das heißt krieg ah ja john ich glaub john kriegt seinen ersten tot oh mein gott ich seh ihn bloß wie sie hier runterziehen hehehehe ok ich seh ihn bloß wie sie hier runterziehen ok ich schließe mich da an john ahaha john ist eine leiche trägt auf dem wasser das war keine gute idee oh mein gott wie geil und da kommt grotti nach oben haha ist das geil wait bleibt die leiche hier ich glaube oh mein gott hä he he komm geh mal rein geh mal rein geh mit dem kuscheln ja alles gut zu dritt können wir einen klatschen ne können wir nicht da kommt der andere ne nein hehehe hitz in ihn grotti kommt zurück nein nein der digga er hat ein halbes herz ich hab dreimal drauf gehittet das soll der scheiß ich kill den jetzt ok let's go digga vor allem er ist tot ne ja das ist noch einer schade ich dachte ich konnte grotti looten ne das habe ich zwei tote warum greifst du denn den zornen joll was bist du denn oh 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 gott ich hab dich killtet ja digga ne 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 ich bin raus ich bin raus den kriegt man nicht den kriegt man nicht den kriegt man nicht der andere ist tot es waren zwei es hat nur hell wenigstens auch noch einen tot das sieht nicht ganz so dumm aus die schwimmt da ja ich bin meinen neuen skin ich bin meinen neuen skin nicht wenn wirklich wenn sowas geht warum ist mein inventar schon voll ja ich denk's mir auch oh okay let's go ja jetzt haben wir erstmal vier tode gesammelt insgesamt jetzt kann es weitergehen aber auch noch die kalmare haben uns tot gebracht mitten in der nacht wo hier die ganze zeit irgendwelche monster um uns sind ja ich weiß nicht warum ich ist warum die kalmare geschlagen haben überhaupt über den berg ja okay komm jordan folge uns jordan ey warum folgt ihr mir nicht wenn Noel irgendwas gefunden hat wovon wollte oh ein creeper wenn Noel wohin will dann heißt es nie was gutes ja ne ja und deswegen schauen wir uns das an für den content ja schau dir das an digga joh ja nie was gutes im zusammenhang mit content nein grottilauf grottilauf ja ich hab doch gesagt was hast du denn da oben hohes gras oh mein you know what that means sind wir ein pokémon oder was ja ja der zombie der zombie ist von ganz unten mit her gelaufen ne stirbwichser äh digga ich seh nicht durch shader und Regen ne kann man das sterben wenn man da runterfällt äh ja probier was aus digga hör auf hör auf wuuu Gotti dein moment ne jonge nein ich hab die kohleblöcke finanziert was ich essen wollte was ich essen wollte aber oder warum äh ich war mittags so wie man so entschuldigt boah jonge du bist so useless ne da ist ein blitz eingeschlagen ist ein zombie pick man jetzt lol da ist ein blitz jonge look look da ist ein blitz auf das äh schwein eingeschlagen zombie fight pick ja warum haben die raccoons lila leuchtende augen lila bei mir sind wir weiß was ist noch ein blitz eingeschlagen ich will jetzt weg aus diesem hohen gras weil hier sehen wir die mobs nicht drin das ist gefährlich ja ja 30 meter leute 30 meter wohin oh mein Gott das ist ein fucking feld egal essen ernsthaft das war's wo du hin wolltest äh äh digga ich hab das auf der karte nicht erkannt ne ah egal wir haben essen oh Gott Gott die lauf oh jonge ah ne irgendwo rechts lauf raus aus dem gras da vorne war ein Haus da kann ich mich noch dran erinnern das ist ne Wüste das Haus war doch müsste in die Richtung sein ne jaja ich find's schön dass wir in verschiedene Richtungen laufen ja ich glaub nur all hinterher ich dachte nur all läuft mir hinterher weil er so gesagt hat so ja wir sind doch in die Richtung ja das ist mit deinem Haus ja das ist mit deinem Haus ja ich meinte aber ein anderes Haus aber irgendwie ich glaub du meinte das ist das Village Haus ne ja genau Reaper oh man so we are back in the mine gotta pick a hier ist ein fucking Raccoon im Haus das ist schon vorbei Jordan ich hab das Gefühl das könnte ne Falle sein dann probieren wir's aus gut hier sind Monsters dabei da ist ein Buch drin ich beschwärts was let's go sin bingfa mustasun of art of war ey ich nimm's mit weil's japanisch ist ich nehm das ich da auf den Tisch haben du nimm was krasses hier ne es gibt Spinnen in kleineren Größen als die normalen Spinnen nur mal so um euch ein bisschen Angst zu machen ich lieg im Bett ähm oh Gott schon lauft schon lauft schon lauft sind wir Grotti zufällig auf der Mech wir können doch nicht soweit voneinander weg sein oder? das ist ein Grafik für mich oder? äh äh unter dir ich kümmere mich um das Skelett ich dachte du kümmerst dich ja ich war noch nicht da ich bin nicht so schnell warte äh deck mich mal ich versuche mal kurz Grotti zu finden äh oh mein Gott da ist ein Pillager reichen zwei reichen zwei die schlafen? ne äh glaub nicht aber ich weiß wenn wir im Haus du bist glaub nicht äh äh wirst du die Emote? mach die mal kurz äh du pINK du control Schaff du wie ich dachte ihr habt es geregelt was denn haben wir doch was denn ich höre immer noch regnen hä aber es regnet wo bist du denn hier sind ich sehe einen village auf der map nein baby zombie junger marsch wie viel bringen die mini melonen die kannst du zu drei normalen kraften das einfach ins kraftigen mit daran eine normale melonscheiben oder blöcke schreiben ich bin ich kann das haus sehen wo wir gerade waren also ich bin nicht mal weg bin genau auf der anderen seite vom fluss hinten bei dem villager haus aber ich sehe euch beide auch nicht mehr auf der map also wir sind bei so japanischen tempel ich kann auch kein zweitlich alleine lassen du bist hier in eine richtung gelaufen ja aber ich bin vorgelaufen ich dachte hier auch hinterher ich bin nur hinterher gelaufen weil es hieß wir laufen hinterher nein nicht mehr nur das ist das gezeigt was uns zeigen wollte was ist das denn hier nur show in tanz war vorbei das sind pillager hexen da ist alles drin john geh rein no balls no balls ich habe einen coolen baum gefunden nehmen wir jetzt ab checken wollen wir uns das hier markieren dass wir das irgendwann mal nein diesen siegals am arsch ich bin weg können wir machen ich habe jetzt schon wieder nichts zum essen ja ich habe ein stück melonen was machst du denn ich kann auch nichts töten los gefahren ist du kein essen nebenbei oder was ist denn was was machst du denn die sind tiere auf den ganzen weg habe ich kein letztes ziel gesehen bist du blind okay akzeptiert ja aber guck mal gerade bevor er gelieft ist waren da 20 schafe gefühlt ich habe mir im bett gecraftet ja hier wollen keine tiere weil der typ daneben hier standen die sind auch überall fucking enten und schicken und ja alles was alles was folgen weil es kein essen gibt wo seid ihr wo seid ihr jetzt sind wir bei minus 440 und 140 was minus 440 minus 440 von 140 wo seid ihr denn lang gelaufen ihr seid an mir vorbei gelaufen ja wir sind zu dem haus übergesehen auch im regen ich zeig gar nichts mehr weil es in die ganz andere richtung gelaufen als ich habe ich jetzt irgendwie überholt ich sehe ich sehe die festung in fucking scroll habe ich eine höhle runtergestoßen hier sind mini melonen hier sind kühe junge wo bist du lang gelaufen weil wenn du wenn du keine tiere siehst hier ist der joddy gelaufen das sollte alles erklären aber ich habe die drei adern noch mal gefunden aber ich habe das ich habe den tempel den kollegen aber ich bin ich bin voll ich habe eine potato das ist cool es sei hier wieder bei dem bin ich denn ich check gar nicht mehr soll ich tomaten ja ja wir sind jetzt hinter dem pillager nämlich auch mal mit keine zwiebel mitnehmen jonen zwiebeln mit was ist lust stört richtig auch links von mir was auch damit was macht ein smoker mit dem kannst du essen schneller braten dann nehme ich dir mit was nehme ich dafür was hier die wollen wenn du einfach schon wieder weg ich bin nicht mehr da da folge uns folge 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 mir ich versuche nur zu folgen ich nehme zuckerrohr mit oh das ist bei der cave hauptsache wir sind auch hier am wasser da schwimmen auch paar normale fische drin die man essen könnte ja nachdem kein mahn bin ich mir nicht so sicher ob es nicht irgendwas drin gibt was das kill will nachdem wir sie können muss auch aufpassen an den küsten gibt es gibt es wir sind die möwen und möwen stehlen die essen aus dem inventar ja der berg ist interessant doch keine küre digga ich weiß auch nicht wo er schon wieder hin ist hat auch ich sehe vor ich sehe ihn auf der map beim zelt oben kommt es mir nur so vor oder nutzen die schwerter hier so schnell ab ich glaube das kommt ihr nur so vor ich habe meinen stein schwarze 69 die obel sie darf nicht zu benutzen ja mein schwert ist auf 11 davon ist ein haus da will ich ihn ich sagte ich bin guck dir ein bisschen die ruinen spielen ein bisschen auf die nur auf den gefährlichen ruinen übrigens bei 24 minuten ja ich glaube ich schaue das flächen table kann man brauchen ansonsten kommt wird das eben die hochgeladen weil ich ja in venetium india talhaus wart ihr bei dem haus mit dem roten dach schon da bin ich gerade das ist doch das portal aus oder nicht ja das ist ein portal was das für ein fetter hase digga die hausen sind hier halt so fett jumbob jumbob rabbit herald herald kennst du nicht ist der herald ich weiß nicht wie wir den genannt haben auf jeden fall auf jeden fall habe ich habe ich ein eventium india gekriegt und mit dem kann man ja das basic leisen ja ich würde trotzdem mal die folge beenden auf süß auf süß der beende ja was mit der ersten folge von betzer meineschaft schaue auch bei noel und jordan vorbei und ja haut rein ciao und ja und ja mal schauen was wird ja ja